herzlich willkommen zurück zu let's play saints road 2 ja wer hätte das gedacht die finale mission der ronin geht an dem strip club los wo vorher ihr verderben begonnen hat naja also zumindest so teilweise etwas war es der gleiche strip club wie in der letzten wo ich sie etwas dezimiert habe das eine leid die bauze sassi me to make sure the ronin don't crash your party and that's what I'm gonna do von wie versuch Uh-oh. So, dann holen wir uns erstmal hier unsere Superkutsche. Der nicht besonders schnell ist, aber dafür flexibel, wenn man gegen andraut, das knallt. Oh, der ist ein Baum. Wir müssen hier rüber. Danke. Hey. Was ist das? Da, oben. Ich hab noch so den Dreh gekriegt. Hey. Vorsichtig. Ich hab nur drei Minuten Zeit, also bitte. Geht mir mal alle aus dem Weg. Danke. Es geht hier um Leben und Tod. Im Zweifelsfall um euer Leben. Oder um eins. So. Hallo. Weg da. Sind wir da? Ach, jetzt muss ich auch noch mit dem Jet-Skill fahren. Okay. Ja. 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 Du hast noch 2 Minuten. Alter, da ist ein Leuchtturm. Au, 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 au. Au. Eck da. Ey, ey, ey. Jetzt hör mal auf, mit dem Zeug da auf mich zu werfen. So, wie komme ich jetzt da eigentlich so rum? Ach, so, okay. So, äh, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Auf die andere Seite des achten Doof. Okay. Warum gehe ich auf die Rückseite? Nein! Okay, das war's. Nee, es verlief mal nicht so gut. Ich hätte wahrscheinlich mit dem blöden Jet-Ski da noch bis zum, ja, von vorne beginn, bis zum Ende durchfahren sollen. Aber jetzt wissen wir ja, wo es lang geht. Ich fährst doch mal da weg. Ich muss da. Ah, Gott. Ich brauche jetzt wahrscheinlich schon drei Minuten, um da, um die Kurve zu kommen. So. Ja, was ist denn? Leute, das ist nicht witzig. Ach, jetzt gibt der CBS wieder nicht. Ach, komm, jetzt... Hey, komm, ich kann doch kaum noch steuern, das ist... Wir haben ja komplett ein Spiel ruiniert jetzt mit dem ersten... Oh, komm, jetzt kann ich wieder knicken. Nee, das schaffe ich nicht. Ja, jetzt, komm! Aha! Ah! Oh, ich explodiere gleich. Das schaffe ich bei Weitem nicht, das ist... Ah! Egal, wo man hinguckt, immer fahrt ein Rolnir hinten rein. Ja, ist klar, der Liegestuhl ist jetzt so stabil, ich kann Bäume ausfahren und fernfallen, aber... Dieser ein Liegestuhl ist so stabil, dass ich da nicht den aus dem Weg räumen kann. Ach, jetzt bin ich auch noch zu weit gefahren. Ah, Gott, nee, das war's nicht. Das wird nix. Ach, komm! Hallo! Ja, klar, super! Solche Missionen liebe ich ja, die einfach dadurch... Jetzt trifft er natürlich hundertprozentig. Alles hat damit angefangen, dass der eine Rolnir mir direkt am Anfang gleich ins Auto reingeknallt ist. Wo ich noch nicht mal richtig eingestiegen bin. Ja, das war's. Ja, nochmal, komm, jetzt schaffen wir's aber. Jetzt haben wir auch ein anderes Auto. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Wir müssen es aber erstmal bis hierhin gekommen. Aua! Aua! Weg, Baum! Okay, das könnte ich noch immer schaffen. Stehst du auf? So, okay. Wir sind doch immer im Geschäft, Leute. Wir können das schaffen. Can we fix it? Yes, we can. Da fängt man übrigens auch... Ich bekomme, äh, dann zu Saints Row 4 übrigens auch das Presidential Pack. Dann können wir als Obama zum Beispiel... Yes, we can rufen. Oder als George W. Oder als George W. Bush den Weltfrieden sichern. Weed, verdammt. Okay. Go! Oh! So, und wo geht es lang? Ach, jetzt tötet die Ronin. Gut, wir sind nicht mehr unter Zeitdruck. Das ist gut. Irgendwie. Ronin, 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 the boat. So, noch 17. Davon ist der nächste. Und schon wieder bin ich von irgendeinem Ronin angefahren worden. Wie ich das liebe. So. Und weiter geht's. Da oben sind welche. Okay, wie viele noch? Neun. Au, 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 au. Nein. Nein. Oh, nee. Bitte Checkpoint. Ja, Checkpoint. Gott sei Dank. Das ist etwas. Ich bin ganz sicher. Ja, nicht mehr. Oh, Gott! Ich muss nicht mehr mit mir sterben. Ich kann nicht mehr sterben. So, die hätten wir auch, jetzt sind es noch zwölf, oh der Ende da mit dahin gelegt. So, jetzt sind wir wieder auf dem Gleichnis, als wir vorhin sind, es sind auch neun, sechs, die noch fehlen, fünf, drei, zwei, oh die sind auf der anderen Seite. Und noch einer, wo steht er denn? Ah, da. So, den hätten wir jetzt. Gebt dich auf die Schrottboote und rette Wong. Wo ist denn Wong? Wie komme ich jetzt da rüber? Oh man. Kann man mal irgendjemand sagen, wie ich mich orientieren soll? Ich muss doch nicht durchs Feuer laufen, oder wie? Ne, oder? So. Wahrscheinlich muss ich nochmal ans Feuer. Nein. Toll. Jetzt komme ich auch nicht mehr hoch. Nein. Oh ne, oder? Ach komm, das ist doch beschiss. Das ist eindeutig. Ihr schummelt. Ihr wollt den Abendbogen sterben lassen. So. Äh. So. Wenn ihr jetzt Wong tot ist, ist es nicht meine schuld, sondern es ist eindeutig schuld. Entwickler. Jetzt muss ich ja wieder durch Feuer. Ah. Ah. Chaos. Coward. Ja, nochmal von vorne beginnen. So. Nein, da komme ich nicht lang. Probier mal hier. Weil ich will nicht unbedingt durchs Feuer laufen. Feuer laufen ist nicht gesund. Hat mir schon meine Eltern gesagt. Philipp, lauf nicht durchs Feuer. Not healthy. So. Okay. Weiter. Gehen wir hier runter. Oh. Und. Noch lebt Wong halt. Wong. wir kommen sobald ich um die Ecke hier rum bin. Ja, hier. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Wong, irgendwie nochince habt. Wir haben uns Jackie. Zumal über regrette sich, der redet. Okay, vielleicht haben wir aber auch noch nicht gerade. Aua. Okay, wie machen wir das? Nein. Ah, okay, wenn er schlägt, muss er. Nein. Ich darf er gerade antauschen. Nein. Jetzt. Jetzt haben wir dich. Hey, jetzt habe ich nicht mal angegriffen. Aber gleich haben wir dich. Oder auch nicht. Oh, mein Vermögen ist auf 692 Dollar geschrumpft. Anscheinend. Aber vorher nehme ich dich mit. Oder auch nicht. Der Endkampf ist echt langweilig. So, jetzt haben wir dich. Ach, das ist. Oh, du bist du bist, du blabst mit, du bist du wirst. Ja, das ist. Ich werde das. Ja, das ist. Was ist es? Put Wong in the phone Hey Wong, I want you to hear something. Come on. Be a good sport You hear that Wong? You're welcome. Thanks. When I escape, the world will not be big enough for you to hide in. Luckily for me, you're gonna burn to death in a few minutes. Your son never should have fucked with my friends. So, damit geht eine Familien-Dynastie aus Japan auch zugrunde. 42 von 45. Wir schaffen es langsam. Und nochmal Ronin-Fahrzeuge freigeschaltet. Und die Ronin sind auch Geschichte. Ronin-Persönlichkeit. Du hast die Ronin-Anführer-Kleidung und den Spott-Gesten freigeschaltet. Toll. Und freigeschaltet Johnny Gat. Du hast Johnny Gat als Begleiter freigeschaltet. Ja. So, das war's. Ähm, in der nächsten Mission werden wir, äh, nicht in der nächsten Mission, in der nächsten Folge, werden wir gegen die Bruderschaft antreten. Huah! Aber bis dahin macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. 1.